Also Kinder, wir stehen nicht aus Spaß hier, sondern wir stehen hier, weil wir in diesem Laden getestet haben. Der heißt Mola. Mola. Interhal. So sieht sie mir aus. Und hier gibt es ganz geiles Essen. Und wenn ihr mal nach Mallorca kommt, könnt ihr euch die Empfehlung von Henry, Achim, euch sowieso, verlassen und ganz toll essen. Kurzer Applaus für euch.